Guten Morgen meine liebe Schüler! Wie geht's euch? Heute wir lernen Lektion 1 über Frühstück. Frühstück Guten Morgen! Ich möchte zwei Brötchen mit Wurst und Käse, einen Joghurt und einen Tee im Kännchen. Bitte schön! Danke schön! Guten Morgen! Ich hätte gern ein Hörnchen mit Marmelade und Honig und eine heiße Schokolade. Bitte schön! Danke schön! Guten Morgen! Ich möchte ein Müsli, eine Banane, einen Apfel und ein Glas Orangensaft. Bitte schön! Danke schön! Warmes Essen Guten Tag! Ich möchte Nudeln mit Tomatensauce und Käse. Bitte schön! Danke schön! Hallo! Ich hätte gern Hähnchenschenkel mit Gemüse und ein Glas Wasser. Bitte schön! Danke schön! Guten Tag! Ich hätte gern ein Schnitzel mit Kartoffeln und Salat. Und eine Flasche und eine Flasche und eine Flasche Wasser. Bitte schön! Danke schön! Hallo! Ich hätte gern einen Hamburger mit Fritten, Ketchup und Mayo und eine Dose Cola. Bitte schön! Danke schön! Guten Tag! Ich möchte Fischstäbchen mit Reis und Pilzen und eine Apfelschorle. Bitte schön! Danke schön! Bitte schön! Dankeschön! Nachtisch Hallo! Ich hätte gern ein Eis im Hörnchen mit drei Kugeln. Schokolade, Erdbeer und Vanille. Bitte schön! Dankeschön! Guten Tag! Ich hätte gern ein Stück Kuchen und einen Kakao. Bitte schön! Dankeschön! Hallo! Ich hätte gern eine Waffel mit Puderzucker, heißen Kirschen und Sahne und eine Tasse Tee. Bitte schön! Dankeschön! Zwischendurch. Hallo! Ich hätte gern eine Brezel, einen Apfel und einen Apfelsaft. Bitte schön! Dankeschön! Hallo! Ich möchte gerne einen Schokoriegel, eine Birne und ein Getränkepäckchen mit Milch. Bitte schön! Dankeschön! Guten Abend! Ich hätte gern ein Butterbrot mit Käse, Salat, Tomaten und Gurken. Das war's! Möchten Sie noch eine Banane dazu? Hm, ja. Möchten Sie auch ein Getränk dazu? Hm, ja. Eine Flasche Wasser. Bitte schön! Dankeschön! Tschüß! Tschüß! Tschüß!